Auch unter den Guaresas auf dem Mount Kenia findet man seltene Exemplare. Einige der Tiere sind Albinos. Ein lebendiges Beispiel für Evolution, obwohl es schwer zu sagen ist, warum gerade ein weißes Fell in den kalten Bergwäldern ein besonderer Vorteil ist. Eines jedoch steht fest. Die Isoliertheit der Berge spielt eine wichtige Rolle für die Entstehung neuer Arten in Afrika. Durch das Werden und Vergehen ganzer Gebirge entstehen immer wieder Barrieren, die ein Ein- oder Abwandern von Arten unmöglich machen und sie in einer einzigartigen Umgebung isolieren. Die Herausforderung lautet Anpassung. Das ist Evolution.